Jetzt guckt euch mal die anderen an. Einer macht Alarm, der hier. Und alle anderen stehen. Seht ihr das? Drei. Und deswegen werden die Burschen auch Präriehunde genannt. Ja, dem ist das wohl noch nicht so geheuer, dass ich hier stehe. So, und jetzt hat er auf. Oh, geht wieder ab. Wo ist er? Das ist quasi immer von den Präriehunden das Bellen. So ein Alarmbellen. Da wissen die anderen Burschen Bescheid. Aha, Gefahr. Da steht der Micha. Der will uns grillen oder hinten an seine Antenne hängen. Weil es hier ja keine Füchse gibt wie ein Präriehund. Nein, mach ich nicht. So, jetzt verhalte ich mich mal ein bisschen ruhig und tu mal so, als ob ich Freund bin. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Das ist er, hier der Alarmposten. Andere Mann macht der Krach. Der bellt sich noch heiser. Die Schotten. Theisses. Die Schotten. Die Schotten. Die Schotten. Vielen Dank.